Hallo, liebe Gaming-Freunde und willkommen zurück zu The Last of Us und wir stehen unter Beschuss und wir müssen den Leuten helfen. So, wo sind sie? Nein, 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 nein. Ich hau dir auch auf die Klasse. Hier. Aber so richtig. Das gibt's hier nicht. Warte, ich kümmer mich drum. So, aua, aua, da ist ja noch einer. Wo? Wo, wo war der da da? Lass das. Improvisierte, oh, ich bin ein Experte für improvisierte Waffen. Okay. Ich hol mal wieder mein Jagdgewehr raus. Ah, triff richtig. Warte, ich muss nachladen. So. Okay. Der lebt ja noch. Wieso hast du nicht geschossen? Ich hab doch... Wahrscheinlich, weil's leer ist. Okay, ja, ist leer. Verdammt. Ah, das hat auch ein Zielfernrohr. Ach nee, das ist meine andere Waffe. Oh, ist das doof gerade. Ich zerschmetter euch. Ach, Quatsch. Was? Ich hab den getroffen? Ich muss näher ran. So, und ich müsste mich mal heilen. Na, ich hab halt die falsche Waffe dafür. Oh, da ist einer. Ah! Was für eine Dreckscheiße. Ich brauch ein... Molly. Molly ist eine gute Idee. Ich meine, warum nicht? Die tun das auch. Mein Gott, ey. Nein. Kommt der da gerade rüber? Nee. Der will aber rüberkommen. Vergiss es. Da hinten. Das machst du nicht nochmal, mein Lieber. Zeig dich. Ich heil mich mal kurz nochmal. Hier bin ich. Hier bin ich. So, ich brauche dringend... Oh. Arm ab. Ich brauche dringend Munition. Mal sehen, ob die Leute hier was fallen gelassen haben. Äh, Wasser. Warte mal. Ich mach dann mal hier zwei Stück davon. Hiervon auch eins. Dann können wir das hier nämlich aufsammeln. So, hier hast du noch zwei Jagdgewehr-Munitionis. Ich bleib mal bei der Waffe. Uah. Okay. Warte mal. Das ist voll. Gehen wir weiter. Schnell, schnell, schnell. Warte. Oh, ja. Lad erst mal nach. Ach, das ist Ellie. ater eh. Oh. Ah. Okay. So, nehmen wir mal die ganzen Sachen hier mit. Ah, fuck. So. Ja, leg dich hin! Also, nicht hinlegen, das nicht unbedingt, aber, äh, runter mit dir. Huh. Ja, ich weiß, dass da Ellie ist. Okay. Ich muss mit dir sprechen. Absolut nicht. Du sagst ihm, ihn zu finden, jemand anderes zu finden. Maria, ich kann nicht das, was ich auf meine Hände. Du hast keine Ahnung, wie viele Männer wir hier haben? Ja, was das all about? Das hat nichts zu tun mit mir? Wir sprechen später. Later. Did he tell you where the lab is? Oh, talk about it. Later. Later. All right. Es braucht ein, ein fuck-up, ein fuck-up, ein fuck-up, und dann bin ich in einer dieser widows, okay? Ich muss das machen. Ich weiß, was noch mehr zu sagen. Okay. Maria. Maria. Here we go. You. If anything, anything at all happens to him, it's on you. She's thankful, you know. Yeah, I know. I'll take that girl of yours to the Fireflies. You don't have to worry about it. It's best this way. Well, maybe some real good will come of this. I need to talk to Ellie. Say again, I didn't hear you. Joel! What, what is it? That girl of yours. She took one of our horses and rode off. Damn it. Which way? Come on. I just saw her riding on out of here. Go back inside. Help the others clean the place up. Okay. Be careful out there. There. She had to be caught up. She got to be caught up, that we don't have to do it. Or she with Tommy mitschicken. Damit er sie zu den Fireflies bringt. Ich meine, klar, ist gerade scheiße für sie, weil sie sich total an Joel gewöhnt hat. Und er sich offensichtlich auch an sie. Von daher verstehe ich nicht ganz, warum Joel sie nicht dahin bringt. Und, klar, es ist gefährlich, aber, ne? Können wir auch schneller reiten? Ja, wir können auch schneller reiten. Fantastisch. Ja. Ich mag diese Musik. Liegt da was? Oder war das nur das Licht? Das war nur das Licht. Ah, wir können reiten. Ich finde das herrlich. Es ist auch ein sehr schöner Ort hier. Jetzt will ich wissen, was hier ist. Was ist das denn für ein Weg? Weil Tommy reitet ja ganz woanders. Achso, ne, die Hufspuren gehen hier weiter. Wie es aussieht. Oder waren das meine Hufspuren? Ne, das sind Eddies Hufspuren. Ich sehe gerade keine Spuren. Und bin ich jetzt falsch abgebogen. Ah, ne, doch, da habe ich gerade welche gesehen. Wenn das nicht meine eigenen waren. Na? Ah. Ha. Da oben ist noch einer. Den, ups. Den sehe ich aber nicht so gut, würde ich sagen. Na, ouch. Mieses Arschloch. Der lebt aber noch, ne? Na, voll daneben. Na, Mist. Ich wollte ihm in den Hintern schießen. Nein, ich werde nicht brennen. Ach, scheiße. Vielleicht doch. In den Popo? Da oben ist er! Äh. So. So, wo denn noch? Ich sehe gerade nichts. Wo? Da! Ah, ah! Warte, 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 warte. Ich hole dich. Ich, ich. Da! Bam! Wo sind die anderen? Ach, da ist einer. Oder was? Ach, ne, das ist Tommy. Das war Tommy. Da oben. Ah! Ich wollte eigentlich die Seite wechseln. Das wird hier, das wird hier eng. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Hier lag da noch Zeug rum, oder? Hier, zum Beispiel Heilung. Eine Schrotflinte auf Entfernung ist halt ziemlich scheiße. Aua! Au! Wo bist du? Du, 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 Mesa! Mixer! Wow. Das war nicht so gut. Na, jetzt mach schon. Ich drücke mal die falschen Tasten. So, ich wollte eigentlich eine andere Waffe. Weil der mir auf den Sack geht. Mit dem kann ich halt nicht zielen, mit dem Scheiß. Mit der normalen Pistole. Da ist noch einer. Ist das nicht derselbe? Der wurde halt nur getroffen, ne? Miep, miep, miep. Hahaha. Reingefallen. Bist du jetzt endlich tot, oder was? Ne, immer noch nicht. Oder kommt der da dauernd nach? Das waren alle? Okay. Oh! Meine Güte! Aber ich stelle mich manchmal auch selten dämlich an. Das muss dazu gesagt werden. Oh, hier liegen gleich zwei aufeinander. Hoffentlich ist mein armes Pferdchen jetzt nicht verbrannt. Ansonsten gibt es heute Abend Pferdeflasch zu essen. Ah, hier sind die Spuren. Hier gehen die Spuren weiter. Also gucke ich jetzt erst im Haus rein. Wie ist Ellie denn dann hier durchgekommen? Oh Mann. Na, vielleicht hat sie noch ein paar, ein bisschen Munition mitgehen lassen. Pfeile sind voll! Ich kann nur acht Pfeile mitnehmen. Das ist ja doof. Ah, ich kann meinen Bogen wohl nachladen. Ah ja. Mit neun Pfeilen bin ich dann also voll. Warte mal. Ich könnte einmal den hier machen. Okay. Wir müssen Ellie finden. Ich hätte jetzt gern wieder ein Pferd. Und hier ist noch ein Haus. Oh, na. Es ist eine Hütte. Und kein Haus. Du hast leider nichts für mich. Ah, hier kommt man auch nicht rein. Das ist ja doof. Ich möchte kurz nochmal, ähm, hier unten schauen. Ne, der hat nix. Vielleicht war was am Auto. Oder hier. Für Shorty. Ja, und dann können wir hier durchreiten. Doch, kein Pferdefleisch zu essen heute. Bäh. Plupp. Und voll vor die Wand. Also mein Pferd ist ein bisschen, äh, Banane im Kopf. Wie mir scheint. Let's go. Tracks keep going this way. Just hope they didn't get to her. Und ich hoffe... ...dass sie nicht noch Infizierte lauern. Oh, ich mag diese Atmosphäre total. Mit dem Pferd durch den Wald. ...die Musik dabei. Ah, Ellie. Das kannst du nicht machen. Du kannst nicht einfach dir ein Pferd klauen und damit abhauen. Das geht nicht. Jetzt wenn du meinst, du bist schon erwachsen, aber du kannst nicht alleine einfach weg. Du bist wahrscheinlich die Rettung der Menschheit. Und sie haut einfach ab. So, was haben wir hier? Okay. Ah, wie weit sie geritten ist. Oh. Ich, äh, Pferdchen. Einmal. Mal. Ah, ich hoffe. Ich hoffe. Ich hoffe. Ich mein, ja, sie ist ein Kind, aber was denkt sie sich dabei? Sollten wir uns nochmal umschauen? Ah, ich komm hier nirgends rüber, ne? Nö. Aber es ist, ich, ich find's wunderschön hier. So, Ellie. In der nächsten Folge kriegst du leider ne Standpauke. Und ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zusehen, Kommentieren, Lacken, was ihr nicht sonst alles für mich tut. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.